HFT-Training, Hochfrequenz-Training nach Dissensibel. Was ist das? Ein autoregulatives Training, wo man mit 2er, 3er, 4er oder 5er Cluster arbeitet. Welches Cluster nutzt, das entscheidest du am Trainingstag. Ich entscheide mich heute für Kreuzheben und fange an mit einem 5er Cluster. Erstes Lasten durch, 5 Niederholungen. Jetzt kommen noch mindestens 3 Lasten A5 bis maximal 30 Gesamtbedrohungen sind. Pause, maximal 30 Sekunden. 2. Cluster. Cluster Nummer 6. Dann 26. 27. 30 Gesamtbedrohungen. Satz fertig. Es kommt, der nächste Stimmung. Bis zum nächsten Mal.